Kinderarbeit, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen im Ausland. Dafür sind die Unternehmen aus der Schweiz mitverantwortlich. Das sagen die Initianten der Konzernverantwortungsinitiative. Sie wollen darum mehr Gerechtigkeit. Gegner sagen, es gebe heute schon genügend internationale Standards. Die Initiativen schaden der Schweizer Wirtschaft und geförde Arbeitsplätze. Bei mir in der Sendung «Kontrovers» diskutiert Simon Stadler, CVP, Nationalrat aus dem Kanton Uri. Und auf der anderen Seite Franz Greuther, SVP, Nationalrat aus dem Kanton Luzern. Ja, Simon Stadler, das Hauptanliegen Ihrer Initiativen ist, dass man erkennbar macht, wie die Produktion der einzelnen Güter ist von den Schweizer Firmen, die sie im Ausland machen. Also man will schauen, ob das Drohstoff fair gewonnen werden, dass da keine Kinderarbeit im Spiel ist. Wieso braucht es eine Initiative? Möchte die Schweizer Unternehmen dann heute nicht schon genug in diese Richtung? Also grundsätzlich geht es dabei um Schweizer Werte. Als Bergler weiss ich, dass man mit der Umwelt sorgsam umgehen muss. Und am älterensten habe ich gelernt, dass man anderen Menschen respektvoll begegnen muss. Das sind tiefst schweizerische Werte und um die geht es in dieser Initiative und darum setze ich mich für die Initiative ein. Es ist leider so, dass man in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, dass Schweizer Unternehmen im Ausland nicht sauber gewirtschaftet haben. Das schadet den Schweizer Unternehmen und auch dem Ruf der Schweiz. Und darum setze ich mich für die Initiative ein. Franz Krüter, wir haben einen CVB-Nationalrat, also eigentlich einen bürgerlichen, der für die Initiative ist. Also viele Kleinunternehmer in der Schweiz sind auch für die Initiative. Die sagen, das brauche ich es nicht. Strengere Vorschriften. Ja, ich bin auch der Meinung, dass man Menschenrechte einhalten soll, dass man Umweltschutz erfüllen soll. Aber das muss man einfach sagen, diese Initiative, das ist eine Mogelpackung, das ist eine Irreführung. Der Titel ist schon falsch. Konzern heisst Konzernverantwortungsinitiative. Wenn man den Initiativtext liest, kommt das Wort Konzern kein einziges Mal vor. Es ist namentlich von sämtlichen Unternehmen gedreht, die Sitz in der Schweiz haben. Und damit will die Initiative eigentlich mit einem Gewehr auf die Lenkohr schiessen, auf die grossen Rohstoffkonzerne. In Tat und Waren schiessen wir aber mit einer Schrotflinte auf den gesamten Schweizer Mittelstand. Und es ist auch eine arrogante Initiative. Sie will nämlich Schweizer Standards quasi weltweit, das ist etwas, was es noch gar nie gegeben hat, dass man plötzlich in der ganzen Welt fast wie eine Kolonie, die Schweizer Standards diesen Ländern aufs Auge drücken will. Also völlig eine falsche Initiative, die die Wirtschaft auch geführt. Ich muss sagen, das Wort Konzern fehlt wirklich im Initiativtext drinnen. Also Herr Greuther sagt, man schiesst da mit Kanonen auf Spatzen. Richtig, aber dann muss man vielleicht einmal den Titel der Initiative lesen, der eingereicht wurde. Daher steht nämlich eine Konzernverantwortungsinitiative drauf. Also der Titel der Initiative, die man mir gereicht hat, ist tatsächlich anders. Aber was man mit den Konzernen meint, das sind nämlich die, die es betrifft. Es sind wirklich die Grosskonzerne, die man immer wieder lesen kann. Für mich als Bergler kommt immer das Beispiel Cerro de Pasco. Das ist eine hohe Stadt in Peru, wo es mitten in einer Stadt der Miene ist und rundherum alles vergiftet. Die Leute haben dort gesundheitliche Schäden. Und wenn ich nachher erfahre, dass der Konzern hier in der Schweiz sitzt, dann tut mir das weh. Das ist auch schlecht für unsere Wirtschaft in der Schweiz, die es rüber dort wirtschaften. Und der Kollege Greuther ist so einer. Er ist ein vorbildlicher Wirtschafter und die schadet nachher einem Image der Schweizer Wirtschaft. Ja, aber ich glaube, Simon Stadler, was wir auseinanderhalten müssen, ist, dass Unrecht oder das, was jetzt hier tatsächlich ein verwerflicher Missbrauch ist, das ist in diesem Land auch verboten und kann dort heute schon gehandelt werden. Die Frage ist ja, sollen jetzt plötzlich Schweizer Standards zum globalen Maßstab werden? Ich glaube, wir hätten genau so ein Problem, wenn plötzlich ein anderes Land kommt und hier in der Schweiz will sagen, was jetzt die neuen Standards sein sollen. Und darum, glaube ich, ist es ein völliger falscher Ansatz. Es wird zu riesen Klagewellen führen. Und was ja noch das Verrückte ist an dieser Geschichte, der, der beklagt wird, Also wenn ich so eine Firma anklage und einen Vorwurf mache, dann obliegt es noch in dieser Firma zu beweisen, dass sie die Sorgfalt und die Standards eingehalten haben. Also wir haben eine Beweislastumkehr, auch das einzigartig und auch das eigentlich etwas, was total wirtschaftsunfreundlich ist. Man hört ja auch schon, dass hier in der Anwaltskanzlei in den USA Champagnerkorken werden knallen, wenn die Initiativen angenommen werden. Vielleicht noch schnell zu den Schweizer, angeblichen Schweizer Standards. Es sind Standards internationale Menschenrechte. Die gelten jetzt ja schon. Aber die werden einfach Teilsorten nicht eingehalten. Und da muss man den Hebel ansetzen, dass das verbessert wird, da im Ausland. Zudem ist es ein bisschen schwieriger, das sind meistens Dritte-Weltländer, die sind auf die Firmen angewiesen. Und Gero de Pasco ist wirklich das beste Beispiel, wo man sieht, dass die Regierung vor Ort nichts traut zu machen, gegen den Grosskonzern. Und ich glaube einfach, was wir da mit einem guten Beispiel vorausgehen können und ein Zeichen setzen, was wir das nicht tolerieren. Und es ist nicht eine Generalverdachtinitiative. Es geht wirklich nur um die schwarzen Schafe, die sich nicht daran halten. Das sind 99 Prozent von den Unternehmern, die anständig wirtschaften. Es geht um die 1 Prozent, die das eben nicht machen. Ich glaube genau, dort besteht die Möglichkeit, dass man heute schon gegen solche Firmen klagen kann. Und ich glaube, wir müssen schauen, was nachher passiert. Es betrifft ja nicht nur die Firmen, es betrifft auch die ganzen Zulieferketten. Also wenn eine Schweizer Firma, es kann auch eine KMU treffen, irgendwo T-Sorte aus Indien importiert und dort liest vielleicht einmal ein Kind so ein T-Blatt ab, dann kann er hier beklagt werden. Er muss noch das Gegenteil beweisen. Ich glaube, die Realität wird eben so sein, dass dortige Zulieferer nachher Kündigungen bekommen. Dass also eigentlich gerade in diesen Ländern, wo oft arme Leute sind, wo Armut herrscht, dass in diesen Ländern am Schluss sogar das Gegenteil passiert. Nämlich, dass man die Armut noch mehr fördert, dass solche Länder dann dort Geschäfte machen, wie Russland oder China, wo wir wissen, dass sie nicht solche Standards so überwachen und einhalten, wie wir das machen. Und dann haben wir eigentlich am Schluss gerade das Gegenteil erreicht statt, dass wir diesen Leuten vor Ort helfen, haben wir sogar die Armut noch gefördert. Also es ist eine kontraproduktive Initiative. Ich könnte da vielleicht gerade einmal noch einhängen mit dem Recht. Also der Herr Grütter hat sich zahntönt, die Firmen haben ja vor Ort auch einen Rechtsstaat, wo sie sich daran halten müssen. Aber trotzdem, die halten sich dann einfach nicht daran. Wie will man denn da etwas machen? Das ist eben das Problem, oder? Meistens sind die Drittweltstaaten auf die Firmen angewiesen, dass die Leute beschäftigt, dass sie dort den Steuern zahlen. Und wegen dem ist es für sie nicht attraktiv, dort einzugreifen und dann eigentlich mit Massnahmen in den Weg zu kommen, dass sie vielleicht weniger Profit machen können, weniger können dem Staat abliefern dort. Und das ist das Problem. Vielleicht noch schnell zur Geschäftsherrenhaftung. Das ist wirklich nicht eine Beweislastumkehr. Das bestätigt einem alle Rechtsanwälte hier in der Schweiz. Ich habe noch keinen getroffen, der mir das Gegenteil beweist. Es ist eine Geschäftsherrenhaftung, die seit 1970er Jahren ist eingeführt worden in der Schweiz. Wenn man jetzt im Ausland der Arbeiter vielleicht vergiftet wird, sagen wir jetzt einmal Pestizide oder ein Schaden davon trägt, dann muss er zuerst beweisen, dass er einen Schaden erlitten hat. Nachher muss er beweisen, dass es einen Zusammenhang mit dem Geschäft, was das Geschäft verantwortlich ist. Und nachher nur den Zusammenhang mit der Tochtergesellschaft hier in der Schweiz. Und es ist einfach so, wenn man den Weg klagt, dann kostet es zuerst einmal Geld. Wir müssen zuerst einmal eine Rechnung zahlen, vor was man vor Gericht war. Also ich sage, die Türden sind mit der Annahme der Initiative noch genug hoch, was es keine Klage wollen wir geben. Simon Stadler, ich lese nur den Initiativtext. Und in dem Initiativtext steht schwarz auf weiss drinnen, wenn Bestimmungen nicht eingehalten sind, hat die Firma zu beweisen, dass sie alle Gebote in Sorgfalt eingehalten hat, also sinngemäss. Das ist im Prinzip das klare Indiz auch, dass der Beweis nachher muss erbracht werden von dem, der eine Klage im Haus hat. Und es wäre, wie wenn der Nachbar bei mir kommt, Töpfe zu klauen und ich klage. Und nicht der, der klagt, muss beweisen, sondern der, der beschuldigend ist, muss den Beweis anbringen. Also ich frage mich einfach, wie man zu so einer wirtschaftsunfreundlichen Initiative Ja sagen kann, in einer Zeit, in der die Wirtschaft so oder so zu genagen und zu beissen hat. Ich verstehe das nicht. Natürlich gibt es schwarze Schafe, das kann ich da auch unterschreiben. Aber dann kann man gegen diese heute schon, kann man gegen diese vorgehen, kann man gegen diese klagen. Für das müssen wir ganz sicher nicht so ein Regime hochziehen, wo man noch weltweit unsere Ständer zu wenigen oder Länder, die eigene Vorschriften, eigene Regulatorien haben, wenigen aufs Auge drücken. Ich möchte jetzt gleich noch einmal bei dieser Beweislastumkehr einhängen. Also mit der Initiative ist ja vorhin eine Sorgfaltspflichtprüfung. Also nicht nur eine Berichterstattung, sondern das Unternehmen muss eine Sorgfaltspflicht notiert haben, dass alles eingehalten wird. Also wenn ja nachher jemanden klagt, können Sie das einfach vorlegen und sagen, schau, wir haben alles gemacht. So problematisch kann das nicht sein. Ja, ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen, oder? Viele, vor allem die grossen Firmen, vor allem die, die börsenkotiert sind, wenn jemand so etwas macht, wo korrekterweise kritisiert wird, dann nachher haben die Firmen heute schon ein grosses Reputationsproblem. Also eigentlich kann sich das heute eine grosse Firma schon gar nicht mehr leisten. Und dort ist nachher heute schon vorgesehen, dass es eine Berichterstattung gibt. Übrigens ist es so, als wenn die Initiative abgelehnt wird, das Parlament hat, das ist ein bisschen kompliziert, hat einen indirekten Gegenvorschlag beschlossen. Einfach ausgedrückt heisst das, wenn die Initiative abgelehnt wird, tritt automatisch ein Gesetz in Kraft, das von den Firmen verlangt, dass sie jährlich im Geschäftsbericht rapportiert, wo diese Sorgfaltspflichten eingehalten sind, ob die Standards eingehalten sind. Und das geht recht weit. Das betrifft Umwelt, Sozialbelang, Arbeitnehmerbelang, Menschenrecht und Korruption. Diese fünf Punkte sind im indirekten Gegenvorschlag. Aber der Unterschied ist vom indirekten Gegenvorschlag, man muss eine Berichterstattung machen, keine Sorgfaltsbereinbarung zu sagen, und es gibt nur eine Buss von 100'000 Franken. Trotzdem, die Initianten haben am Anfang sogar den indirekten Gegenvorschlag noch gut gefunden, haben dann aber schlussendlich auch aus alle Beinübungen bezeichnet, weil der Nationalraten abgeschwächt sind. Das muss man korrigieren, und da der Herr Grütter mir sicher auch zwei Stimmen. Es ist wie Gegenvorschlag, einer ist vom Nationalrat, und der hat eine Haftung drinnen gehabt, dann wären die Initianten auch bereit gewesen, die Initiative zurückzuziehen. Es war eine Durchschlusspanikaktion, die man da im Parlament gemacht hat, wo der Ständerat kurz vor dem Durchschluss noch einen Gegenvorschlag eingebracht hat. Und das ist ein zahnloser Gegenvorschlag. Und ich sage Ihnen, wieso. Ein Bericht zu schreiben über Menschenrechtsverletzungen oder Kinderarbeit ist gut und recht. Aber schlussendlich hilft das. Keinem Kind, an einem Ort in einer Mine arbeitet und Mineralien abbaute, das funktioniert nicht. Deswegen ist die Haftung für mich ein zentrales Element. Es kommt mir ein bisschen vor, wie bei der abzogenden Initiative. Dort hat man auch mit einer Millionenkampagne und mit einem zahnlosen Gegenvorschlag wollen wir das Hand an den Leiteteigen streuen. Das hat nicht funktioniert. Und der Herr liegt genau aufs Gleiche. Also, wenn es jetzt gerade das Stichwort Kampagne gefallen ist, dann muss ich also sagen, eine so eine schmutzige, eine grusige Multimillionenkampagne, die ist jetzt also gefahren worden von den Befürwortern von dieser Initiative. Da werden Kinder bewusst, falsch eingesetzt, vor Bilder gesetzt, wo man heute nachweislich weiss, dass es gar nicht Kinder sind, die irgendwo einen Schaden hatten. Uns hat man damals, ich erinnere mich gut, in den Begrenzungsinitiativen hat man uns, der Tagesanzeiger hat uns tagelang verrissen mit irgendeinem Mädchen, quasi Missbrauchen für politische Abstimmungen, weil ein Mädchen sich Sorgen gemacht hat wegen der Schweiz, wie sich das entwickelt. Da wird jetzt auch mit einer irreführenden Kampagne mit Emotionen gesteuert, die so einfach falsch sind. Es ist verwerflich. Ich möchte gleich noch schnell, also eine Kampagne hier, jede Seite kann Kampagne machen, wie sie will, finde ich. Aber ich denke, noch einmal zurück zu dem indirekten Gegenvorschlag, den Herr Stadler vorhin angetönt hat. Also da drin ist schlussendlich nur bei den Konfliktmaterialien, also zum Beispiel Gold als Kriegsgebiet und bei der Kinderarbeit eine Sorgfaltspflichtprüfung drin. Bei der Umwelt zum Beispiel fehlt das. Wieso ist die Umwelt dort nicht drin? Dann braucht es nur Berichterstattung. Es braucht die fünf Punkte, die ich vorhin gesagt habe. Das betrifft eine jährliche Berichterstattung. Also das heisst, die Firmen, und das weiss man, die Geschäftsberichte sind öffentlich, die können auch die Leute anschauen, die eine kritische Meinung und eine kritische Haltung haben zu einem Unternehmen gegenüber. Und heute, also die Firma, es muss mir einen eine Firma bringen, heute vor allem, wenn sie in diesen Grössenordnungen weltweit tätig sind, das sind ja die, die primär ansprechen wollen, ob auch alle Firmen damit in das gleiche Boot einholen. Und diese Firmen, die sind heute schon bereits dermass auf dem Radar. Ich weiss, dass die äusserst sorgfältig damit umgehen. Und wenn sie dortige Missbrüche haben, dann ist es heute schon möglich, dass man die hier kann beklagen. Und darum glaube ich, ist das, was da vorgesehen ist in diesem indirekten Gegenvorschlag, durchaus ein wertvolles, ein gutes und ein genügendes Instrument. Herr Stadler. Ich möchte zuerst einmal etwas sagen zur Kampagne. Kampagne, ich bin nicht ein Initiativskomitee, ich bin da als Vertreter vom Bürgerlichen Komitee. Ich kämpfe für Inhalte dieser Initiative, die ich begrüsse. Und Kampagne, muss man sagen, ich bin schon als orangeer Wurm in einem Apfel dargestellt worden von der SVP. das so ein bisschen symbolisiert hat. Und das ist manchmal beim Abstimmungskampf. Und ich glaube, die SVP hat das selber auch schon gemacht. Und jetzt muss man es auch einstolzieren, wenn es andere halt auch machen. Das war nicht ein Wurm, das war ein Raupen. Das ist ein Ansicht. Das ist ein ganz symbolisches Team. Bleiben wir bei den Konzernverantworteten Initiativen. Sie wollten ja noch entgegnen, dass der Umweltschutz nicht in den Indirekten der Gegenvorschlag bei der Sorgfaltspflicht, sondern nur Konfliktmaterialien und Kinderarbeit. Richtig. Es ist sicher gut, was man da vorwärts macht, aber für mich ist die Haftung zentral. Was man nachgenommen werden, was eine Konsequenz hat, wenn man etwas nicht macht, wenn man die Umwelte im Ausland verschmutzen, wenn man Kinder in den Minen angestellt hat. Und das ist für mich der zentrale Punkt. Der Gegenvorschlag, der Generalverdacht machen, das müssen praktisch alle Unternehmen ab 500 Angestellten machen. Das müssen nachher alle Firmen machen und das kann ich aus liberaler Sicht auch nicht tolerieren, wenn man einfach alle sagt, ihr müsst das machen. Bei der Initiative ist es wirklich so, dann müssen die gerade stehen, die es betrifft. Und das sind die Grosskonzerne, die eine Tochtergesellschaft haben im Ausland oder das Unternehmen kontrolliert im Ausland. Ich möchte noch knüpfen, wenn wir jetzt bei den Konzernen, bei den Unternehmen sind, die sagen ja, bei den Gegnern sagen 80'000 Unternehmen betroffen, da gibt es differenzierte Zahlen. Es gibt Zahlen, wo man sagen, nur 3'500 Unternehmen betroffen. Wie kommen wir auf die 80'000? Ja, also ich bin den Initiativtext gelesen, übrigens nicht ich allein, der Initiativtext ist auf der Befürworterseite, den muss man also richtig gehen, suchen gehen, ich weiss nicht, wieso das versteckt wird, weil in dem Initiativtext steht eben vorne drin. Ich gebe vielleicht einen Tipp auf Admin von der Bundeshomepage, da findet man jeder Initiativtext. Ja, ja, aber in der Regel werden die Initiativtext doch prominent platziert und ich meine, dort muss man einfach sehen, dort steht drinnen Unternehmungen mit satzungsmässigem Seiz-Hauptniederlassung oder Hauptverwaltung in der Schweiz. Entschuldigung, das ist einfach je die Firma. Ich sehe weder eine Grössebeschränkung, ich sehe weder eine Mitarbeiterzahlbeschränkung und darum ist die Schätzung, es ist eine Schätzung von etwa 80'000 Firmen, die das betrifft, ist das natürlich, das sind die Firmen, die irgendwo international tätig sind. Das sind zum Teil auch kleinere Firmen, die vielleicht etwas importieren, wo Zulieferketten ja auch mit drinnen sind. Und darum, wenn wir diese Initiative annehmen, dann spielt sich die Schweiz als Weltpolizeist auf und es ist eine grösse, wahnsinnige Initiative, es ist auch völlig unschweizerisch, dass wir in allen 150 oder noch mehr Ländern unsere Rechtsnormen aufs Auto drücken wollen. Wir sagen, es sind vielleicht 1'000, vielleicht bis 3'500 Firmen höchstens, die betroffen wären, die KMUs, die, die man ausnimmt. Wir haben etwa 300 Unternehmer in einem Wirtschaftskomitee, das sich für die Initiative einsetzt. Wir weiss vom ehemaligen Gewerbeverband Präsidenten von Luzern, von Roli Vonalburg, dass er die Initiative unterstützt. Der Gewerbeverbanddirektor, der Schweizweitere, hat gesagt, zu der Betroffenheit der KMUs, dass es völliger Unsinn sei, dass die KMUs betroffen sind. Das ist nicht das, was ich sage. Das sind die Sachen, die der Gewerbeverband sagt, die die Initiative teilweise unterstützt. Es geht um eigentlich schlussendlich 1%. Das hat letztlich auch der Geri Pfister am Ort gesagt. Es geht um die schwarzen Schafe, die sich nicht daran halten. Und das sind, wie gesagt, internationale Menschenrechtsstandards, aber auch Umweltstandards. Vielleicht noch zum Initiativtext. Unter 2b kann man lesen, dass der Gesetzgeber, das ist der Herr Greuther und ich, müssen auf die kleinen und mittleren Unternehmen Rücksicht nehmen beim parlamentarischen Prozess. Und da bin ich dann im Parlament wieder auf der Seite von Herrn Greuther, wo ich würde anlegen, dass KMUs nicht betroffen werden muss. Sie haben vorhin immer wieder angetan, die Schweiz wird ja so wie ein Wächter über das Recht, wenn man die Initiativen annimmt, oder? Jetzt gibt es in der Europäischen Union auch schon Bemühungen in die Richtung, also das Europäische Lieferkettengesetz, also etwas, das will, dass alles fair produziert wird, ist da auch schon so angediskutiert wurde. Die Schweiz könnte wahrscheinlich ein bisschen ein Vorbild drüber nehmen. Ja, ich glaube, es hat immer etwas dagegen, wenn wir Rechtsstandards haben, wenn wir die da in diesem Land anwenden, aber in der Regel sind es Grossmächte, Grossstaaten, die solche Praktiken anfangen, allen vorhanden die USA, das können wir, die quasi Macht oft vor Recht geltet, die ihre Rechtsstandards global probiert durchzusetzen, die Rechtsstandards auch in Länder aufs Auge drückt, wo man sie einfach vor die Welle stellt. Diese Macht hat die Schweiz, will sie auch nicht, hat sie auch nicht und soll sie auch nicht haben. Es ist etwas, das zutiefst auch gegen unsere Grundphilosophie entspricht, dass wir unabhängig sein wollen, dass wir unsere Rechtsstandards im eigenen Land anwenden wollen, aber dass es sicher nicht jemand ist, der das in anderen Ländern aufoktroyieren will. Und das ist da genau der Fall. Es ist eine einzigartige Initiative, die in dieser Krassheit bis jetzt noch nie etwas so gar nicht gekommen ist. Und ich hoffe, dass die Leute das sehen. Und darum muss man bei dieser Initiative, die vom Text her wirklich ja sympathisch daherkommt, muss man ganz genau auf den Nerv fühlen. Erst dann merkt man, wie viele Fehlüberlegungen da drin sind. Die Schweiz wird Weltpolizist in Sachen fairen Arbeitsbedingungen. Nein, ich glaube, wir gehen da voll mit der Zeit. Die EU ist da auf dem gleichen Weg. Deutschland gibt es nächstens ein Lieferkettengesetz, von dem Parlament beraten wird, der wieder aufgenommen worden ist. Wir sind da überhaupt nicht Aussenseiter. Die Schweizer Wirtschaft steht für Qualität. Weltweit wir haben ein hohes Ansehen. Und ich glaube, wenn wir uns Standards geben, wie wir uns verhalten als Wirtschaft, als Unternehmen weltweit, hilft das am Ansehen von der Schweiz, am Ansehen für unsere Wirtschaft. Und um das geht es, dass man nicht schlussendlich die schwarzen Schafe haben, die gross in der Medien stehen, weil sie Kinder an einem Ort angestellt haben. Damit ist die Zähnezeit leider schon wieder vorbei. Franz Kreuter und Simon Stadler, merci vielmals für die angeregte Diskussion. Die Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative ist dann in gut vier Wochen. Und schon in einer Woche geht es da im kontroversen um Volksinitiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dann, eine gute Zeit und Ade miteinander.